Ganz viel Farben, die dicken Fettgelten, die waren hier ein Pferd von so groß. Dann hat man da 10 Euro rausgenommen und gedacht, nicht mehr an den Geschichten. Fett, sonst, die andere Geschichte. Die Rest dieser Geldbörse nahe, dann schleuselte die es im vollsten Karacho nach vorne. Und vor allem ist heute hier, wo die Spielleute stehen. Wo die Spielleute, meine Lieben, das sind wir. Aber ich könnte es verstehen in Zeiten von Irland, von Griechenland, Spanien, Landreich. Ja, dass ihr da auf eurem Geld sitzen bleiben wollt, das wollen wir auch gar nicht. Aber ihr könntet mit nichts so tun, als ob es euch ein wenig Spaß macht. Ihr habt es ja auch bezahlt. Und zwar in dem, die jubeln. Wir beide sind aus dem Osten und seit 89 können wir jubeln. Deswegen wollen wir euch jetzt teilhaben lassen daran. Und zwar alle reisen freudig und spontan ihre Hände in die Höhe. Das ist keine Bitte. Sie sind hier nicht beim Fernsehen, das heißt, wir sehen euch auch. Und dann schalten wir ihn auch nicht. Und das ist das machen wir mit uns. Und zwar alle gemeinsam die Hände zum Himmel. Und das Land im Evangelium querfunk ist. Und drittens geht das auch für die billigeren Stehplätze. Ganz genau. Nicht nur für die CDF-Sonntagsreise. Also, alle Kunden, die hier sind drei, ein letztes Mal, nun alle gemeinsam. Und also, alle in unserem akustischen Urbereich spiegel. Die Hände zum Himmel. Jawohl. Dann drehen wir die Hände so, dass sie die Daumen nach hinten zeigen. Die Blonden gucken mal zu ihrem Nachbarn, was sie meinen. Sollten sie dann aus dem Hochschule einfach die andere Seite ausprobieren. Also, dass sie jetzt nach vorn gucken. Ich mach's doch mal zu. Dann spannen alle Weizmüller ihre Muskeln an. Alle Weizmüller spannen das an, was sie für den Muskeln halten. Und dann schlagen wir die Hände, drehen sich gegeneinander für die Blonden. Noch einen Tipp. Nehmt den Kopf raus, sonst habt ihr Rohr und Rohr ins Schmerz. Genau. Also, Konzentration und... Oh, ich, das hat geklappt, mir ist auf Hervor. Ich war bei dem kleinen Karrieren an der Tavere, da hat es nicht geklappt. Aber das macht nichts. Ihr sollt aber nicht einfach wahllos irgendwie in die Hände klappen, wie euch gerade danach ist, sondern im Zack der Melodie. Den möchte ich euch kurz bestellen. Zack. Publikum. Publikum. Faktus. 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 Musik Das war's. Untertitelung. BR 2018 Applaus So wie immer um diese Zeit, die Hotten-Kottenmusik ist endlich vorbei. Und jetzt unsere Frage, wollt ihr Kultur oder wollt ihr Spaß? Kultur, wir haben eine, ich muss euch leider etwas mitteilen, was aus dem Kleingedruckten unseres Vertrages gesinnt. Der sagtlich verpflichtet, pro Setz ein Lied zu singen. Tut leid! Wir machen das jetzt ganz schön. Aber jetzt bleiben wir in dem extra das kürzeste Lied. Ja, wir machen jetzt folgendes. Wir machen eigentlich. Wer war heute Morgen alles zum Gottesdienst? Wer war nichts? Ja, wir machen das jetzt schon mal. Ja, wir machen das. Wir machen die Scheiße, wir machen das. Auf jeden Fall, die können folgendes machen, die können das Beten machen. Ja genau, das Beten geht folgendermaßen, man kann folgende Hände ineinander feilen. So kann man das machen. Man kann es auch so machen, wie er, das ist das Mecklenburger Beten. Ja, hier ist das Mecklenburger Beten, das geht so. Wenn man das Ganze exzessiv hat, dann so. Aber das macht nicht, Hauptsache Beten, das ist ganz wichtig, weil wir sammeln danach die Kollekte. Die Kollekte kommt übrigens hier in das Wort angeht. Und wir lassen das Ganze auf einen wohlfältigen Zweck zukommen. Genau, ein Umlauf. So, also Einfliegen der katholischen Kirche, und zwar im Orbitatischen. Genau, es ist in Latein und das ist auch gut so, denn es handelt von den täglichen Abläufen im Vatican. Man kann es auch bald in der Zeitung lesen, aber jetzt könnt ihr, wie gesagt, euch ein wenig darüber informieren, was beim Papst so alles los ist. Wie gesagt, aber wir machen das ganz einfach für euch. Also, kein Kahn先生ない warmes Bewegung! Ja, rein Spring! Funt kommen wie rein! Au Pegeschön! Das Ländchen, das Ländchen, Osten, Solis, Radio, Viraculis, Serac, Amato, Exsauri, Procholo, Principes et Magnates, Exservet, Regia, Säkuli, Potes, Pates, Ockentam, Feria, Vita, Milo, Proxac, Amat, Zulendes, Veteran, Ockli, Feksos, Amat, Amat, Ick, Awe, Maria, Vita, Säkuli, Vita, Säkuli, Vita, Vita, Säkuli, Läht, Vita, 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 Glockenläuten Sehla Stränden, Sehla Stränden, Sehla Stränden und Solidarien. Mit der Kulisse, Atom, Sehla Stränden, Sehla Stränden und Solidarien. Mit der Kulisse, Atom, Sehla Stränden, Sehla Stränden, Sehla Stränden und Solidarien. Gut, und zwar ein Lied, das haben wir vor 20 Jahren komponiert und dann waren wir dann 74 bei den Weltmesspielen danach und dann haben wir einen sehr hoffnungsvollen jungen Nachwuchskünstler aus Südafrika getroffen und da hat er gesagt, oh kann ich bitte nicht diese Komposition vorbekommen und da haben wir gesagt, ja, du bist ja schließlich ein weißer Mann mit nach Südafrika und da haben wir, wie gesagt, ihm diese Komposition geschenkt und was hat er gemacht? Und was hat er gemacht? Er hat da einen Schlager draus gemacht. Also wir sind so sauer. Aber das große Problem ist, dass er mit dem Schlager jetzt der Haken an der Sache auch noch zu mit tun hat. Wir wollen euch aber jetzt das Original nicht vorhin halten, also das ist eigentlich eben zu gucken und zwar. Ich muss aber sagen, das ist ganz wichtig, ihr habt ja, da vergesst das nicht, aber klarstellen, ihr habt mich nämlich angehoben. Ja, 2005 hat er mich angehoben, wir hatten gesagt, hey, oh sorry. Das macht nicht so richtig. Ja, wie gesagt, das Liedenhandeln kommt, folgt dem und zwar, wenn die jungen Männer sagen, sie ihren Menschen, um ein bisschen anzugehen, ha, lass uns auch den Mittelalter mal abgehen, da ist es so schön, ich kenne da so viele Leute und das ist alles nett und das ist alles so authentisch. Und was ich dabei komisch machen muss, das wirken ihr jetzt. Authentisch Authentisch Du sagtest authentisch Jetzt sitz ich hier Antisch Und hässlich döner, das wirkt immer schöner Du sagtest doch Authentisch Sagtest du Authentisch Mein Blick geht unzärtlich Wächst premium, wie passt Ich könnte aus Rast Jetzt schenkst du dir selber ein Und sagst, das muss so sein Tetra Pak's roten Wein Beide verspielen, was sind das für Stühle Die dort links und steuern mit Schafe rumstehen Hab ich schon mal so gesehen In Afrika kriegt man drauf Kinder Doch authentisch Sind die hier nicht Authentisch Du sagtest authentisch Ich sitz doch hier Antisch Auf diesen Stühlen Was soll mich da fühlen Im Lager Der Vater zieht All seiner Kippe Der Sohn Ab die Kinder Mitschweten Da steht fleißig Kartoffeln Ist das wirklich So authentisch Authentisch Du sagst es Authentisch Sagtest du Authentisch 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 Ist das hier Recht Kita Nächster Länge Nächster υIR auf Nächster Pra Weiß ist nichts geringeres als ein Kuss vor den Ebenen! Das war genau das Teilnahmebedingungen! Teilnahmebedingungen sind, sie muss jung, gut aussehen, ruhig vor 30 und geöffnet sein! Ja, ja, ist sie das aber nicht? Ist sie vielleicht schon über 30? Steckt sie denn jetzt aus den Bergen? Seht sie vielleicht nicht so gut aus? Oder ist sie nicht jetzt so geschlechtlich, noch nicht so ganz bewusst? Dann kann er sich den Fuß natürlich von ihm abholen! Nein, 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 nein! Nein, die kriege ich aber her! Nein, da gibt es immer die Koppelturler da! Wir haben es auch im Wüstenhaar gespielt, denn sie hat es hier unten! Nein, und zwar, das Lied, das das jetzt kommt, ihr müsst aus dem Lied und den Preis zu bekommen, nur eins, zwar die beiden Menschen, aber keiner kann von mir unterfolgen! Keiner kann von mir unterfolgen! Ja, und er hat gesagt, dass wir lieben alle Kinder, wir lieben alle Kinder, was gibt es auch? Ja, genau! Was gibt es auch? Ich weiß noch, wie es mit mir war, damals in der Türalter, da war Kartoffel noch nicht da, auch keine Tomate und kein Paprika, aber wir weggegangen zu! Authentisch! Entschuldigung! Zu mein lieber Diet München, zu mein lieber Diet München Schuchzen auf zu dem Tisch! Na vonstürzen! Zu mein lieber Diet München, zu mein lieber Diet München, zu mein lieber Diet München, reunited auf dem Tisch! Schöne ich dir, die Bärchen, du musst lieber die Bärchen, du musst lieber das Bärchen, Bärchen macht Hush, hush in die Kopf, du musst lieber das Bärchen, du musst lieber das Bärchen, und dann hier mit dem Bärchen Schokolade ist nicht aus, sondern. Manche Touristen gucken und sind die Töne, dann merkt man, dass wir haben mehrere Köpfe, weist ihr das da, wo da ist das alles noch schau, wir waren bei mir, dort wird's glaubt, wir würden uns auch. So was sind wir, die Stöße, wir sind ohne Tüße, so was sind wir, die Stöße, wir sind auf die Bärchen. So was sind wir, die Stöße, wir sind ohne Tüße, so was sind wir, die Stöße, wir sind auf die Bärchen. Nein, nicht dafür. Wir Kinder aufgefasst, ich muss etwas ganz Wichtiges erklären und klarstellen, nicht, dass ihr glaubt, auf dieser Bühne steht die Fürstenonkel. Nein, aber die Lieds kennen sie aber auch nicht. Und zwar würden wir als Spieler-Karton niemals Schiffwörter den Mund, ich schwöre. Niemals, deshalb, eigentlich keine Prennungszüge. Da gab's so ein Wohren, wo man reindrückt. Eine Sau ist die Frau, nein, genau, das lernt ihr zwar alles noch auf der Waldorfschule, aber, ihr wisst es jetzt schon, 100 Jahre später hingegen. Ja, als letztes, wollen wir noch ein Stück einladen, wir waren letztens in den Kuh steigen und da haben wir nur Berge in der Ferne, Berge in der Ferne, Berge in der Dier, Berge links, Berge rechts, Berge in der Dier. Und dann haben wir uns gedacht, da machen wir Menschen dazu und das müssen wir auch klein wenig ankündigen, damit ja auch alle für den entsprechenden Urlaubsorten ein Berg angeschwähren sind. Das heißt, wir wissen ja, dass viele Deutsche die Berge in den Urlaub fragen, wieso das machen. So, in eurer Stimmung geht's Bergklassig. Also, ein Bergsteigerlied fangt schon mal an, denn das Vorspiel des Bergsteigerliedes muss dauert. Ich mag mich bei mir, oder? Ich mag mich bei mir, oder? Ich weiß nicht, ich glaube es. Guck mal, das ist ein bisschen. Ja, oft, weil es sich Frauen in der Passe auch gelacht haben. Aber nur um euch zu hören, oder? Guck mal, hier ist die Wundlebtzei sogar unter der Bank. Ja, lebt schon. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.